Sobald in Elements 2016 ein Möbel komplett definiert wurde, besteht nun die Möglichkeit, diesen Schrank mit dessen Geometrie zu speichern. Hierzu gibt es einen Befehl im Menü Elements CAD, 3D Schrank speichern. Ich gebe mal einen Namen ein. Speichere das Ganze. Wechsel mal auf eine andere Ebene und wähle jetzt den Befehl Ebene im Import Export 3D Schrank laden. Nun ist es so, dass man das Ganze mal ein wenig verschieben muss und dann sieht man also sofort, wie der Schrank aufgebaut wird. Die Zuweisung von Materialsets, Materialkonfigurationen oder Kantenzuweisungen lässt sich ja über Bauteilinfos zuweisen, ebenfalls dauerhaft speichern. Sobald in Elements